hallo ihr lieben und ganz herzlich willkommen bei taro barmerlin ich bin dirk und ich heiße dich hier recht herzlich willkommen ich freue mich sehr dass du eingeschaltet hast meinen kanal gefunden hast und ich danke dir jetzt schon mal für dein interesse ja aktuell komme ich mal wieder mit den astrologischen highlights zu dir um einfach mal zu schauen den ausblick zu geben welche energien momentan so auf dich zukommen und was die mit uns denn so machen ja der mond stand ja noch im luftzeichen der zwillinge gestern das hatte sich heute um 0 uhr 52 geändert da ist der mond quasi in den krebs gewechselt das ist übrigens sein eigenes zeichen und der mond kommt der sonne auch wieder näher ja ja zum luftzeichen des zwillings da gab es ja diese überschrift unterscheidungsfähigkeiten sowohl vom kopf her sowohl zu deinen gefühlen also widerspricht sich der kopf deinen gefühlen oder ist das im einklang das war also die energie im luftzeichen der zwillinge ja jetzt haben wir natürlich eine ganz andere energie denn der mond ist in seinem zeichen das ist eine sehr emotionale energie die wir aktuell vorfinden man könnte auch sagen das ist so die große suche nach deinem zuhause na also es kann auch mal sich um ein eine immobilie handeln ein haus eine wohnung dann schönes zuhause zu finden aber hier ist natürlich eher die suche nach deinem zuhause im inneren gemeint da gibt es nämlich um stabilität deine innere stabilität zu dir das geht um deine tiefsten sehnsüchte in dir und gerade für alle die menschen ja die in ihrer kindheit nicht so gerade das prägende gefühl von ja du bist zu hause du bist hier willkommen hatten und da gibt es wirklich ja sehr leider gottes sehr viele von uns die denen das betrifft ja und hier ist quasi die chance eine heimat zu finden eine heimat zu finden für ein inneres kind ja und da kommt mir das gerade so kann ich auch wirklich empfehlen von der stephanie stahl ja das innere kind muss heimat finden und das ist genau diese energie die wir jetzt hier haben eine riesen chance die wir jetzt hier mit diesen energien zu haben dass dein inneres kind tatsächlich eine heimat finden kann ja mach es dir in deinem zu hause gemütlich um quasi das ganze hier auch abzutanken ja am montagmittag wechselt der mond dann in den löwen das wird dann um 11 uhr 38 passieren und am mittwoch haben wir quasi neumond im löwen und da habe ich natürlich schon ein kärtchen hier bereit gelegt das ist nämlich dieses hier das ist von monologie von der jasmin bolland ich hoffe ihr könnt das sehen ja und wir haben hier den neumond im löwen strahle ausrufezeichen ja du kannst du wirklich strahlen in der löwe ist ein feuerzeichen da wird eine energie wieder freigesetzt was nicht nur emotionen weckt sondern auch eine gewisse stärke wieder in dir weckt ja ja und dann haben wir aktuell noch mehrere punkte beziehungsweise ich sag mal so chiron chiron gilt aktuell so als sammelpunkt möchte ich es mal nennen chiron ist ja auch der sammelpunkt für alte verletzungen in euch gerade wenn sie noch schmerzhaft sind oder du sie verdrängt hast das können auch schlüsselerlebnisse sein die du in deinem leben gemacht hast und daher kann man auch davon sprechen dass chiron so dass dir dabei helfen kann es zu heilen warum spreche ich davon sammelpunkt denn heute am mittag oder heute mittag war maas im gegenzug zu chiron unterwegs ja die sonne aus dem löwen zu trigon steht auch zum chiron hingewendet ja und am montag wird die venus zu trigon auch sich zu chiron drehen und weil sich alles quasi auf diesen chiron kontrolliert konzentriert daher nenne ich das mit meinen worten einfach mal sammelpunkt ja ja am sonntag um 13 15 also morgen trifft sich die sonne und die venus und die venus ist jetzt aktuell noch rückläufig das wird sich im september wieder ändern da wird sie wieder vorläufig werden die venus geht von der also moment stopp langsam lieber dirk die venus geht jetzt also vor der sonne auf das wird sich jetzt ändern also die venus ist jetzt quasi zum morgenstern geworden sonst war die venus der abendstern das hat sich jetzt einmal geändert ja und sie wandelt sich quasi hinten vom abendstern in den morgenstern wir werden daher motor auch einen absoluten venustag haben und da geht es tatsächlich um deine selbstwerte deine selbstwerte auch deine beziehung nur alles was gerade auch nicht so gut läuft kannst du dir dann nochmal anschauen und da wird wirklich die venus auch drauf dich darauf drängen ja ja das war das wort es geht hier nämlich um achtsamkeit achtsamkeit was sind eigentlich deine inneren werte und achte mal genau drauf welche sachen auch hochkommen zu dir ja der nächste woche läuft die sonne ins quadrat zu uranus ja und uranus ist ja die unser planet der befreiung und er könnte dir helfen bei der einen oder anderen sache einen cut zu machen wo du wirklich nicht mit deinen eigenen energien momentan etwas loslassen kannst was dich eigentlich blockiert und gehindert hat das ist manchmal auch nicht so einfach ich weiß wenn man damit freunden darüber spricht ja du lässt doch los sogar kein problem ja ich sag mal das kann ich immer sagen dass mich nicht betrifft das ist für mich auch kein problem aber solche tipps die sind auch manchmal was für ein popo ja also kenne ich selber genug solche tipps ja zurzeit befinden wir uns sowieso in einer sehr rückläufigen phase und bei vielen planeten mein gott ich habe nichts zu trinken hier denn bei rückläufigen planeten da haben wir so eine phase dass wir aktuell nicht genug beziehungsweise wir sollten aktuell keine wichtigen entscheidungen treffen weil uns hier nicht immer alle informationen vorliegen ja das ist alles noch so ein bisschen im nebel es werden ja wieder welche in den in den vorlauf gehen wie beispielsweise die venus am im september auch noch ein paar andere planeten werden dann folgen daher keine spontan entscheidung treffen analysiert das genau schaue wie fühlt sich das inneres damit an ist das passend ja denn aktuell ist eher so die überschrift sammle informationen ja ja das dreieck zu lilith venus und uranus anfang september wie wie gesagt wieder vorläufig und da geht es auch so um deinen selbstwert und deine selbstliebe zu dir auch ein ganz ganz wichtiger punkt ja mars und sonne aktivieren jetzt beide schieron und das ist deine große chance dass er etwas in dir zu heilen ja allerdings und das ist bei vielen ich glaube nicht so ganz bewusst die sagen das ist ja super da ist jetzt eine energie da kann ich was heilen aber gucke ich mal mit dem kopf aus dem fenster und dann halt das schon so geht das aber nicht denn bevor du etwas heilen möchtest musst du im inneren ja wissen was ist zu heilen wo habe ich ein defizit und was beschäftigt mich gerade und hier ist es tatsächlich wichtig dass du dir vorher bewusst machst was überhaupt zu heilen ist ja beziehungsweise was ist es ja was ist es der wert das zu heilen ja deshalb ist achtsamkeit in den nächsten tagen ganz wichtig für euch ja ganz wichtig und ich sage euch noch mal einen satz den ich immer sehr schön finde erst besinn dich dann beginn es ja erst besinn dich dann beginn es ihr lieben in dem sinne mit dem beginn das war ein gutes stichwort weil ich würde jetzt gleich noch mal die energien für das wochenende für euch auslegen würde dann auch noch mal die ein paar karten legungen power karten befragen wie denn so die energien vom universum aktuell für euch sprechen und seid gespannt ich würde mich natürlich auch freuen wenn ihr dann auch wieder einschaltet und ich sag mal bis gleich für alle die sagen ich muss jetzt aber erst mal weg weil wir haben wochenende hoch die hände wochenende ja an der stelle wünsche ich euch schon mal ein wunderschönes wochenende ihr lieben erholt euch gut also ich habe es heute wirklich richtig gemacht ich habe heute geschlafen bis um kurz vor zwölf ne es war schon zwölf also ich habe mich permanent geschlafen aber mein kater balu loni war bei mir und ich habe das so genossen wenn man ihn dann so in seine augen guckt der liegt dann wirklich mit seinem köpfchen direkt vor meinem kopf die foten so auf meinem arm und wir gucken uns dann gegenseitig in die augen und ich sage ich finde es gibt nichts schöneres in dem moment kann die welt still stehen und mir ist wirklich alles scheiß egal und egal ich muss noch putzen muss das noch machen scheiß egal das ist jetzt gerade wichtig und das ist meine energie wo ich energie tanke und das war mir auch scheiß egal dann sind die videos etwas später bei euch aber ich hoffe ihr versteht sowas auch ihr verzeiht mir da auch drüber denn ich muss manchmal selber energie auftanken und seid gespannt es geht jetzt gleich in die wochenbotschaft wochenbotschaft wochenendbotschaft das war der wort und ja ich freue mich wenn ihr natürlich auch weiterhin dabei seid in dem sinne alles liebe alles gute bis hierhin dankeschön für eure abos für eure likes wir sehen uns hoffe ich gleich wieder ciao